Bitcoin ist im Augenblick mal wieder Gegenstand vieler interessanter Diskussionen, Vorträge und Debatten. Weil für mich kaum auszuhalten war, wie viel Unwissenheit über Bitcoin tatsächlich doch immer noch im Raum schwebt und die erschienen Videos zu lang sind, um sie alle einzeln zu bearbeiten, habe ich mir Leo Mattes zum Ferngespräch eingeladen und über viele Ansätze im Detail gesprochen. Das wird am Dienstag, den 10. September, auf dem Ferngespräch-Kanal veröffentlicht. Der Link zum Kanal findet sich in der Videobeschreibung. Daher möchte ich an dieser Stelle darauf verzichten, auf das Streitgespräch zwischen dem Blocktrainer und Maurice Höfken einzugehen. Ja, es war genial, zumindest der Teil mit Romans Antworten, aber ich finde einfach, ich würde Romans Aussagen entwerten, wenn ich sie bloß in meinen eigenen Worten formuliere. Ich werde lieber an anderer Stelle ein Video machen, in dem ich intensiv auf die Inhalte der Modern Monetary Theory eingehe, damit wirklich deutlich wird, was es mit der MMT auf sich hat und wo sie überall falsch schlägt oder zumindest in die Irre führt. Ebenfalls möchte ich das Gespräch zwischen Marc vom Bitcoin Hotel und Thorsten Polleit nicht näher beleuchten, weil ich auch hier denke, dass bei Gesprächen immer Themen nicht so beleuchtet werden, wie man das als Zuschauer vielleicht gern gehabt hätte und es ist extrem anstrengend, in einer Debatte live auf etwas zu reagieren, worauf man vielleicht nicht vorbereitet ist. Zuschauer unterschätzen das oft wahnsinnig und denken, ja, das Thema ist mir bekannt und die deutsche Sprache verstehe mich auch, also was soll daran so schwierig sein? Buchstäblich alles. Live reagieren erfordert unfassbar viel Übung. In meinem eigentlichen Thema werde ich auf den Vortrag von Prof. Dr. Christian Rieck im Bitcoin Hotel zum Thema Woher kommt der Wert des Bitcoin eingehen und über meinen Kommentar hierzu werden eventuell die ein oder anderen Fragen der anderen angesprochenen Videos ohnehin mitbeantwortet. Es gibt einen weiteren Punkt, der für dieses Video als Thema spricht und zwar, Christian Rieck hatte Zeit, sich vorzubereiten, hat das Thema intensiv studiert, hat Bücher zu dem Thema geschrieben und eine Präsentation vorbereitet. Daher empfinde ich es an dieser Stelle angebracht, Rieck wirklich intensiver Kritik auszusetzen, denn die hat er sich für seine Äußerungen dann auch redlich verdient. Das Originalvideo findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung. Im Gegensatz zum ÖRR rechne ich bei Christian Rieck nicht so stark damit, dass er mir wegen Urheberrechtsverletzungen eine Sperrung reindrückt. Daher werde ich später in diesem Video auch ein paar Einblendungen machen, aber ich versuche es kurz zu halten, denn es ist schließlich Sinn und Zweck meiner Videos, alles in Kurzform zu präsentieren, sonst könnte ich auch eine dreistündige Reaction machen und wer hat dafür schon Zeit? Genug der Vorrede, springen wir ins Thema. Um sich und sein Thema vorzustellen, beginnt Rieck zunächst mit dem unfassbar einfachen Trick zu erklären, dass er auf Twitter immer wieder Shitstorms von Bitcoinern erntet, wenn er bloß auftaucht. So sehe ich die Bitcoin-Maxi-Bubble auf Twitter auch liebe, was bitteschön ist das für ein Ansatz. Viele von denen sind sich ja untereinander überhaupt nicht einig, abgesehen von dem Punkt, dass sie Bitcoin mögen. So zu tun, als wäre jeder Shitpost relevant, ist meiner Meinung nach ein unfassbar schwacher Punkt, um sich zu verteidigen. Aber Rieck geht noch weiter und meint, er schreibt mal alle Argumente von irgendwelchen random Twitter-Profilen auf und schickt sie dann an Roman Reha. Ja, natürlich. So kann man sich sein Leben ja auch einfach machen, nicht wahr? Wenn ich Verständnisfragen bei meinen Mathe-Hausaufgaben habe, dann schicke ich sie auch immer an Professoren für Funktionalanalysis, damit die das dann für mich erledigen. Es gab kurz nach der Veröffentlichung des Videos dann auch wieder ein kurzes Streitgefecht zwischen dem Blockchainer und Christian Rieck. Es ging da zwar um irgendwelche internen Geschichten von früher, aber ich kann Roman da doch ganz gut verstehen, warum er auf diese Masche nun wirklich keinen Bock hat. Rieck mag ja eine gewaltige Menge an Abonnenten haben, aber die hat er sich in der Kategorie Spieltheorie erworben. Nur weil jemand ein spitzen Triathlet ist, der auf einmal behauptet, boxen zu können, lässt man den ja nun auch nicht einfach mal zu Mike Tyson in den Ring. Für sowas muss man sich eben erstmal unter Beweis stellen und erklären, dass man was von dem Thema verstanden hat. Nun will ich Rieck nicht sämtliche Expertise absprechen. Mein Bild von Rieck beim Thema Bitcoin ist vielmehr der eines Handwerkers, der mit einem Hammer einen Nagel in die Wand hauen will und bei jedem Schlag des Hammers, der den Nagel auf den Kopf treffen soll, trifft Rieck zweimal den Nagel und haut sich beim dritten Mal mit voller Wucht selbst auf den eigenen Daumen. Dass Rieck in seinem Vortrag nicht über Dignigeld sprechen möchte, finde ich erstmal ganz schön. Ich habe sein Buch nicht gelesen und ich kann nicht viel dazu sagen. Ich glaube, Rieck an dieser Stelle aber auch, dass sich bereits viele Leute auf Twitter über sein Konzept von Dignigeld ausgelassen haben, aber überhaupt nicht wissen, was es überhaupt ist. Was ich nicht fair finde, ist, dass Rieck die Bitcoin-Technik einfach vollkommen außer Acht lassen will. Das geht so nicht. Dass ein Rennfahrer kein Mechaniker sein muss, das akzeptiere ich. Ich bin auch nicht gut darin, die Technik hinter Bitcoin zu erklären, aber Grundlagenwissen muss sein, sonst macht man sich lächerlich. Ich kann an dieser Stelle nur Bitcoin Entdecken von Jan Pritzker empfehlen. Und das gibt es beim Bitcoin Aprico Verlag und liest sich trotz der technischen Details recht einfach. Technik, also gleich im Vorfeld, einfach auszuklammern, das spricht Bände darüber, dass es im Verlauf des Videos Denk- und Logikketten im Folgenden zu Fehlern kommen muss und wird. Aber das sehen wir sowieso noch früh genug. Bei Riecks Erläuterungen darüber, dass Wert subjektiv ist, stimmen ihm nahezu alle Leute im Publikum zu und ich auch. Ich will aber an dieser Stelle Professor Rieck darauf hinweisen, dass er hier bereits etwas außer Acht lässt, was essentiell ist. Ich bin in meinem Video, die österreichische Schule versus die Chicagoer Schule, bereits darauf eingegangen, aber hier nochmal in Kurzform. Dass Wert subjektiv ist, bestreiten die meisten Wirtschaftswissenschaftler nicht. Nicht einmal die derzeitig an den Hochschullehrenden Keynesianern erzählen, einem hier maßgeblich etwas anderes. Der entscheidende Punkt, der bei Rieck unter den Tisch fällt, ist aber nicht die Seite des Nachfragers nach Wert, sondern die Seite des Anbieters, also dem, der die Preise festlegt. Hier entsteht die Kontroverse um den subjektiven Wert überhaupt erst. Die österreichische Schule erklärt uns, dass die Aufstellung von Preisen selbst bereits wieder subjektiv ist, während die etablierten Wirtschaftswissenschaftler hier die Kosten heranziehen und Wert in betriebswirtschaftlichen Sinne auf die Herstellung umdefinieren. Das sind zwei völlig unterschiedliche Aspekte und die wirft Rieck in denselben Topf. Das ist fahrlässig. Kein Österreicher bestreitet, dass ein Unternehmer langfristig Profit machen muss, um nicht pleite zu gehen. Aber wie hoch die Preise gesetzt werden müssen oder sollten, hat nichts mit den Kosten zu tun. Ein Unternehmer kann ein beliebtes Produkt unter seinen Kosten verkaufen, nur um Kunden anzulocken und die Kosten wieder auffangen, indem er seinen Kunden dann andere Produkte mit weit höherem Gewinn verkauft. Das ist eine vollkommen gängige Strategie und das an dieser frühen Stelle außer Acht zu lassen, wir sind nicht mal bei Minute 5 im Video seines Vortrags, führt zu Folgefehlern, auf die ich nachher intensiver eingehen werde. Nächster Punkt. Rieck trennt Konsum von Investitionen. Das macht er an dieser Stelle ziemlich sorgfältig und bezieht sich hier auch auf die österreichische Schule. Hier habe ich keine Einwände. Er landet bloß am Ende, indem er Angebot- und Nachfragekurve zeigt bei dem Gleichgewichtspreis oder Marktpreis und erklärt dann, dass dieser Punkt auch objektiver Wert genannt wird, obwohl es sich eigentlich um einen Preis handelt. Das ist soweit korrekt. Und ich habe auch schon mal bemängelt, dass selbst Österreicher an dieser Stelle nicht immer präzise in ihrer Wortwahl sind. Aber wir sind jetzt bei Minute 12 von Riecks Vortrag und erst an dieser Stelle erklärt sich der Titel, woher kommt der Wert des Bitcoin? Herr Rieck, ich weiß, Clickbait-Titel sind in Mode und funktionieren. Aber wundern Sie sich denn ernsthaft über Shitstorms von Bitcoin-Maxis, wenn Sie einen solchen Titel wählen, den jeder sofort lesen kann und mit den Augen rollt, weil derjenige Ihnen dann sofort erklären will, dass Wert subjektiv ist. Und dann brauchen Sie zwölf Minuten, bevor Sie erklären, dass Wert zwar tatsächlich subjektiv ist, während Sie mit objektivem Wert aber eigentlich den Marktpreis meinen? Klar, kann man natürlich machen und ist mit der entsprechenden Erklärung dann inhaltlich auch nicht falsch. Aber das spiegelt nun mal kaum Wahrheitssuche und Erkenntnisorientierung wider, sondern Aufmerksamkeits- und Effekthascherei. Und wer so verfährt, der muss halt auch mit destruktiver Kritik rechnen. Inhaltlich ist dieser Punkt nicht weiter relevant. Dass Bitcoin einen Marktpreis hat, ist jedem bekannt. Was es genau kostet, einen Bitcoin zu kaufen, das beobachten wir andauernd. Viele sagen auch schlicht Kurs dazu. Zum jetzigen Zeitpunkt, dem 7. September 2024, dümpelt der irgendwo zwischen 50.000 und 60.000 Euro rum. Wenn Riek also den Wert des Bitcoins anspricht, wäre die Frage damit abgeschlossen. Der Marktpreis oder Kurs oder der objektive Wert kommt von Angebot und Nachfrage. Aber wir haben noch 40 Minuten vor uns, also wollen wir mal schauen, ob es irgendwann mal anfängt spannend zu werden. Was nun folgt, ist der Teil über den Cashflow. Und an dieser Stelle müssen wir sehr tief ins Detail gehen, denn jetzt kommt Rieks erste große Kritik. Springen wir noch mal kurz zurück und gehen die Begriffsdefinitionen durch. Wir haben Wert, Nutzen und Preis. Und das sind drei unterschiedliche Dinge. Der Wert ist das, was der Konsument mit seinem subjektiven Bauchgefühl empfindet, wenn er konsumiert bzw. nachfragt. Diesen subjektiven Wert bezeichnet Riek auch als subjektiven Nutzen, sobald es um das Endprodukt geht. Aber wenn wir nicht vom Endprodukt sprechen, sondern von vorgelagerten Stufen, die nicht zum Konsum dehnen, dann sprechen wir von objektiven Nutzen und da sind wir wieder bei einem messbaren Preis. Was Riek nicht ausspricht, was ich in Erklärungen aber für viel plausibler halte, ist die Formulierung, dass jeder Unternehmer und im Kleinen ist ja jedes Individuum ein Unternehmer, eine Art Spekulant ist, der Entscheidungen für eine ungewisse Zukunft trifft. Wir entscheiden uns heute, auf Konsum zu verzichten, um in der Zukunft mehr konsumieren zu können. Das nennen wir Sparen. In Bezug auf Cashflow argumentiert Riek jetzt mit Opportunitätskosten. Konkret erklärt er, dass Menschen einen Gewinn oder Verlust gemacht haben, indem sie sich für Möglichkeit A entschieden haben und die Möglichkeit B damit unterlassen haben. Und die Differenz dieser beiden Möglichkeiten, gemessen in Marktpreisen, sind der Nutzen oder eben der Cashflow. Als Beispiel führt er die Einführung von Kommunikation per E-Mail an und erklärt, dass der Cashflow bzw. Nutzen der Einführung eines E-Mail-Systems in den Kosten besteht, die das Unternehmen ansonsten für Briefumschläge, Papier, Briefmarken etc. ausgegeben hätte. Da Srik an dieser Stelle von Nutzen statt von Preisen spricht, dafür hat er sich zwar im Vorfeld bereits entschuldigt und erklärt, dass er sich diese Begriffe nicht ausgesucht hat, aber vermeidbar wäre es ja dennoch. In der gängigen Lehrmeinung werden nämlich Nutzen, die nicht berechenbar, sondern nur vergleichbar sind, immer noch mit irgendwelchen Lagrange-Ableitungen und allem möglichen komischen Zauber in der Makroökonomie an der Uni berechnet und Studenten mit diesem Unfug gequält. Dem aufmerksamen Zuschauer müsste aber trotz dieses semantischen Problems schon klar geworden sein, worin der Nutzen oder eben der Cashflow von Bitcoin dann tatsächlich besteht. Der Spekulant antizipiert die Zukunft und beobachtet, was er mit seinem verdienten Bargeld nun machen kann. Soll er es verkonsumieren oder sparen? Wenn er es spart, sparen und investieren ist denklogisch nicht trennbar, dann überlegt er sich seine Optionen. Wie Rieg selbst gesagt hat, unter dem Kopfkissen zu verstecken ist keine sinnvolle Lösung, weil wir Inflation haben und wir uns daher in der Zukunft weniger Güter und Dienstleistungen leisten können. Investitionsgüter wie Immobilien, Aktien, ETFs und was es nicht alles gibt, werfen regelmäßige Zahlungsströme in Form von zum Beispiel Dividenden ab, was dagegen Gold oder Bitcoin nicht tun. Diese Güter haben nur einen fixen Kurs, also einen Marktpreis und aufgrund der Knappheit spekulieren viele Investoren damit, dass der Preis in der Zukunft weiter steigen wird. Das erklärt Rieg an der Stelle auch, aber im Gegensatz zu meiner eigenen Logik kommt er zu dem völlig verblüffenden Ergebnis, dass der Nutzen bzw. Cashflow für Bitcoin an dieser Stelle Null wäre. Warum? Ich habe diese Argumentation von Rieg nicht zum ersten Mal verfolgt und ich bin mir auch nach dem 10. Durchhören immer noch nicht sicher, ob ich hier irgendetwas völlig missverstehe. Aber davon ausgehend, dass wir von Marktpreisen sprechen, ist der Cashflow doch völlig offensichtlich. Der Spekulant investiert in Bitcoin, weil er damit rechnet, dass der Kurs weiter steigt und er in der Zukunft deutlich mehr davon hat, als wenn er in eine andere Option investiert hätte. Diese Differenz ist der Nutzen und der hat sich in der Vergangenheit als äußerst lukrativ gezeigt. Warum cashen die Bitcoiner dann nicht aus, jedenfalls nicht zum Großteil, sondern behalten weiterhin ihre Bitcoin. Weil sie schlicht darauf spekulieren, dass der Kurs noch weiter steigen wird. Dieses Verhalten ist weder irrational, noch beruht sie auf irgendeiner anderen Vorstellung als der, die Rieg selbst dargelegt hat. Dass ich Bitcoin nicht unmittelbar konsumieren kann, liegt an den Eigenschaften von Bitcoin selbst. Ich kann Bitcoin nicht essen oder darin wohnen, also, aber das ist ja bei vielen anderen Produkten ganz genauso. Wir kommen an mehreren Stellen im Video nochmal hierauf zurück, aber dieses Verständnis von Nutzen in Ausgrenzung des Faktors Zeit erschließt sich mir einfach nicht. Mich beschleicht also an der Stelle das Gefühl, dass Rieg eigentlich nur ablenken will und der Kern seines innerlichen Konflikts eigentlich nur auf der Funktionsweise von Bitcoin selbst beruht. Und dazu kommt er dann auch, indem er eine Solarzelle und eine Solarzellenattrappe miteinander vergleicht. Das eine generiert tatsächliche Kosteneinsparungen und damit nutzen, das andere nicht. Bei dieser Betrachtungsweise hat sich der Punkt der Diskussion aber auf eine völlig andere Ebene verschoben. Jetzt sprechen wir plötzlich nicht mehr um die Differenz von Marktpreisen, sondern um die Eigenschaften eines konkreten Gutes. Wichtiger Punkt, aber alles Vorangegangene hatte mit diesem Punkt nichts zu tun. Wenn wir über die Eigenschaften eines Gutes diskutieren, diskutieren wir am Ende um den Punkt, warum Konsumenten ihre Ersparnis in etwas geben und hier sind wir wieder bei subjektiver Wertlehre. Eine Solarattrappe dient nur zur Verzierung, ist nicht knapp, kann also beliebig nachgebastelt werden, hat keine Alleinstellungsmerkmale, die im Vergleich zu anderen Verzierungen einzigartig wären und dementsprechend betrachten wohl die meisten Käufer die Solarattrappe als wertlos. Die Eigenschaften von Bitcoin im Vergleich zu Gold oder Fiat Geld sind aber im Detail völlig anders. Bitcoin ist knapp, teilbar von Giebel und so weiter. Bitcoin hat all diese Eigenschaften, auf die die Investoren spekulieren und dieser Unterschied könnte daher kaum größer sein. Im Anschluss greift Rieck den direkten Vergleich zwischen Bitcoin und dem US-Dollar auf, was er wohl häufiger als berechtigterweise schlechte Kritik bekommt. Der Dollar zahlt ja auch keine Dividende. Ich nehme an, was Bitcoiner eigentlich meinen, wenn sie dieses Argument vorbringen, ist, dass sie Güter derselben Kategorie direkt miteinander vergleichen wollen. In diesem Fall Fiat versus Bitcoin. Rieck greift das auf und tut das Argument damit ab, dass der Dollar ja nur zu kurzfristigen Transaktionen und nicht zum Sparen geeignet ist. Das ist zwar korrekt, aber erstens ergibt sich dadurch ja schon wieder auf der Stelle der unfassbare überlegene Vorteil von Bitcoin. Aber noch viel wichtiger ist das Argument, das Rieck an der Stelle nicht nennt. Der Dollar hat den fragwürdigen Vorteil, dass der Gesetzgeber alle Händler dazu zwingt, ihn anzunehmen. Sprich, mit dem Dollar kann man überall bezahlen und mit Bitcoin nicht. Zum Sparen ist dieser Punkt allerdings irrelevant und die größte Lachnummer überhaupt ist, dass Rieck das Anlegen von Eigenkapital oder Fremdkapital in Bitcoin damit beiseite schiebt, dass hierzu Forschung nötig ist. Viele Bitcoiner, ganz im Gegensatz zu Akademikern und Goldbugs, die über Währungen reden und publizieren, sind über diesen Aspekt jetzt geistig hinausgewachsen. Für Bitcoiner ist bereits völlig klar, dass Bitcoin aufgrund seiner überlegenen Eigenschaften eines Tages unser Währungssystem ersetzen wird. Aber an dieser Stelle sind wir eben leider noch nicht angekommen. Bitcoin ist aktuell noch keine Bemessungsgrundlage für Preise. Wenn Unternehmer Produkte in Bitcoin bepreisen wollen, nehmen sie als Referenzwert in der Regel immer Euro- oder Dollarpreise und nicht Satoshis. Hierbei stehen wir einfach noch ziemlich am Anfang der Geschichte des Bitcoin, was Bitcoiner aber wiederum sehr positiv sehen, weil sie hierdurch automatisch zu dem Schluss kommen, dass der Marktpreis von Bitcoin noch unfassbar unterbewertet ist und selbst ein Kurs von einer Million Dollar für ein Bitcoin in absehbarer Zukunft kein Limit darstellt, im Gegensatz zu den läppischen 50.000, die wir aktuell als Marktpreis sehen. Und jetzt wird es endlich lustig, denn wir kommen an den Teil, an dem Christian Rieck auf einen Strohmann einprügelt, als gäbe es kein Morgen. Haltet euch fest. Rieck erklärt allen Ernstes, Bitcoiner würden behaupten, die hineingeflossene Arbeit würden den Wert von Bitcoin ausmachen und deswegen hätte Bitcoin einen Wert. Das tut er als Arbeitswertlehre im Sinne von Adam Smith, David Ricardo oder Karl Marx ab. Vorher konnte ich Rieck noch bei den meisten Punkten grob zustimmen, aber hier ist allerspätestens die Stelle gekommen, an der er sich mit dem Hammer auf den eigenen Daumen haut, statt den Nagel auf den Kopf zu treffen. Ja, Arbeitswertlehre ist völlig falsch. Aber lieber Herr Rieck, das ist nicht das, was Bitcoiner damit meinen. Tatsächlich geht es an dieser Stelle um Kosten in Form des Strompreises, der dazu benutzt wird, um Bitcoin zu meinen oder eine Note zu betreiben. Dieser Strom hat einen Preis. Dieser Preis dient der Sicherheit des Netzwerks und ist essentiell für die Funktionsweise von Bitcoin. Es mag tatsächlich ein paar Ausnahmen geben, aber ich bin mir ziemlich sicher, der überwältigende Anteil der Bitcoiner spricht hier keineswegs über Arbeitswertlehre, sondern bloß über die Funktionsweise, also über die Technik, wie Bitcoin selbst funktioniert. Wir können hier auch wieder über Cashflow reden, indem wir die Marktpreise für Strom, der in das Bitcoin-Netzwerk und die Marktpreise für Strom, der in das Fiat-System fließt, miteinander vergleichen und wir landen bei Cashflow, Nutzen oder objektivem Wert als Differenzprodukt. Herr Rieck, Sie haben an dieser Stelle schlicht das Thema verfehlt. Unmittelbar danach passiert das genaue Gegenteil. Rieck holt den Hammer aus und trifft den Nagel auf den Kopf. Er erklärt, dass Bitcoin eine Währungsinfrastruktur ist, die bessere Eigenschaft in sich vereinnahmt, als alles, was wir bisher kennen und dass der Grund ist, warum so viele Bitcoiner auf diesen Zug aufspringen. Der einzige Punkt, den er als Abstrich hierzu macht, ist der, dass er es als Wette auf die Zukunft bezeichnet, aber wie auch jemand in der späteren Frage- und Antwortrunde anmerkt, ist halt nun mal alles eine Wette auf die Zukunft. Ich muss hierbei immer an diese eine lustige Szene aus dem Film Shanghai Nun denken, einem Film mit Owen Wilson und Jackie Chan, in der Owen Wilson an der Börse spekuliert und erklärt, dass die Zukunft in der Luft liegt und nicht am Boden, weshalb er mit all seinem Geld auf die Zeppelin-Industrie statt in die Automobilindustrie wettet. Der Film ist aus dem Jahr 2000 und wir wissen ja alle, wie das damals ausgegangen ist, aber jeder Bitcoiner ist eben vollkommen überzeugt davon, dass wir im Jahr 2050 entweder in einem totalitären Überwachungsstaat leben oder sich ein Bitcoin-Standard etabliert haben wird. In akademischer Skepsis, die ich auch ausdrücklich begrüße, geht Rieck dann darauf ein, dass die Zukunft halt eben ungewiss ist und wir es nicht als gegeben hinnehmen dürfen, dass Bitcoin sich auch tatsächlich etabliert. Könnte halt auch so sein, dass Bitcoin einfach ausstirbt, weil niemand mitmachen will. Damit hat er zwar recht, aber er operiert meiner Ansicht nach in einem Rahmen, das er genauso gut sagen könnte. Sie gehen davon aus, dass wenn Sie heute 100 Euro in Bitcoin anlegen, diese 100 Euro in einem Jahr deutlich mehr sein werden. Aber Sie könnten halt auch morgen vom Bus überfahren werden und Sie haben gar nichts davon. Klar, ist sachlich richtig, keine Frage. Die Gegenfrage lautet halt, ob es sinnvoll ist, sich darüber pausenlos Gedanken zu machen und sich darin zu verlieren. Riecks weitere mögliche Zukunftsszenarien lauten, Bitcoin erreicht einen stationären Zustand, der Preis wächst nur noch mit der Inflationsrate und Bitcoin koexistiert mit Fiat, Geld und Gold. Es als grundsätzliche Möglichkeit aufzuführen, mag nicht gänzlich falsch sein, aber der eigentliche Streitpunkt ist doch die Frage, wie wahrscheinlich das ist. Und die Wahrscheinlichkeit tendiert aufgrund der grundlegenden Eigenschaften von Geld in Richtung ziemlich unwahrscheinlich. Geld wechseln zu müssen, kann teuer sein, ist aber in jedem Fall lästig. Die optimale Menge von unterschiedlichen Arten von Geld auf der gesamten Welt ist eins. Das ist unter Akademikern, die sich mit dem Prinzip von Geld beschäftigen, relativ unstrittig. Unter einem weltweiten Goldstandard, wie es ihn bis zum Ersten Weltkrieg eigentlich fast überall immer gegeben hat, war Gold im Grunde die Währung und Fiat-Währungen darunter, waren eigentlich nur im Tauschwert an Gold aufgrund ihrer leichteren Transportfähigkeit an Gold gekoppelt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es auf einmal zwei gleich gute Größen auf dem Markt gibt, halte ich für nahezu ausgeschlossen. Bitcoin schlägt, abgesehen von seiner historischen Vergangenheit, Gold in jedem einzelnen Aspekt. Und das kommt nicht durch zufällige Eigenschaften, sondern genau so hat sich Satoshi Nakamoto das auch gedacht. Er wollte im Grunde genommen digitales Gold schaffen. Ein Produkt, das sämtliche Eigenschaften von Gold hat, mit der einen Ausnahme, dass man es in kürzester Zeit überall hin verschicken kann. Und das ist ein unfassbar schlagbarer Vorteil. Wenn die französische oder die deutsche Regierung ihre Goldvorräte aus der amerikanischen Zentralbank abgeholen wollten, dann schicken sie zu diesem Zweck ein Kriegsschiff. Aber wir als Steuerzahler müssen uns von Vorli-Dioten anhören, dass Bitcoin einen zu teuren Strompreis hat. Da kann man eigentlich nur ausrassen oder sich totlachen. Der letzte Aspekt von möglichen Szenarien, die Rieg anführt, ist der, dass eine andere Kryptowährung als Bitcoin das Rennen macht. Das ist häufig eine Falle, in die Leute tappen, die Bitcoin nicht verstehen und denken, man müsste an die Eigenschaften von Bitcoin selbst noch irgend irgendetwas Tolles dran basteln, damit es super wird. Der Knackpunkt ist aber im Grunde genommen folgender. Neu geschaffene Kryptowährungen mit wenigen Teilnehmern sind sehr gut angreifbar und diese Schwelle hat Bitcoin längst überwunden. Um die berüchtigte 51%-Attacke auf eine Kryptowährung durchzuführen, braucht man mehr Nodes, die die Regeln ändern wollen, als Nodes, die bei den alten Regeln bleiben wollen. Und dieser Zug ist bei Bitcoin schon lange abgefahren. Es hat Abspaltungen gegeben, wie zum Beispiel Bitcoin Cash und Bitcoin Satoshi Vision und an diesen Netzwerken beteiligt sich halt kaum jemand. Wenn jetzt Facebook, Google, Amazon und Apple ihr gesamtes Geld zusammenwerfen und Bitcoin-Nodes kaufen, um Bitcoin zu übernehmen, werden sie die Preise für Nodes in so dramatische Höhen schrauben, dass es selbst für ihr Vermögen nicht ausreichen wird, um das Bitcoin-Netzwerk zu verändern. Das ist mathematisch prüfbar, allerdings übersteigt das an dieser Stelle meinen technischen Horizont. Und wer das genau wissen will, den muss ich an jemanden vermitteln, der das genauer erklären kann. Aber über die technischen Eigenschaften von Bitcoin wollte Christian Rieck ja ohnehin nicht sprechen. Daher belasse ich das auch an dieser Stelle bereits. Das selbst war der Vortrag und gleich die erste Frage daraufhin spielt wieder auf den entscheidenden Teil an, bei dem Rieck Cashflow oder Dividende mit Nutzen und Zahlungsströmen durcheinander wirft und eigentlich bloß semantische Verwirrung in die Begrifflichkeiten hineinbringt. Er führt hier wieder aus, dass die Wette auf Kursgewinne das eigentliche darstellen wie ein Zins oder ein Cashflow und geht mit dieser Ansicht mit, verzettelt sich dann aber am Ende komplett, wenn er anführt, dass bei Bitcoin als Zahlungsmittel ja keine Kreditgeschäfte möglich wären, was für eine Währung aber essentiell ist. Er bekommt gleich entgegengeworfen, dass das unter einem Goldstandard ja auch möglich war und erneut haut sich Rieck mit dem Hammer auf den Daumen, statt den Nagel auf den Kopf zu treffen. In seiner eigenen Logik endet er bei einer Welt ohne Finanzintermediäre die Kredite vergeben und behauptet daher, unter einem Goldstandard hätte es keinen Produktivitätswachstum gegeben. Das ist haarsträubend falsch. Buchstäblich alle wirklich krassen Innovationen, die uns heutzutage komplett selbstverständlich geworden sind, stammen aus einer Zeit des Goldstandards. Denn was für tatsächliche Innovationen die eigentlich wichtige Kernbedingung ist, ist das individuelle Sparen, was mit Fiat-Geld im Grunde genommen unmöglich gemacht wird. Was Rieck hier völlig unter den Tisch fallen lässt, sind die Schichten des Geldes, zu englisch Layer. Ich empfehle Herrn Rieck an dieser Stelle das Buch Layered Money von Nick Batia, erschienen im Aprico Verlag. Was für Gold-Fiat-Geld ist, ist bei der Bitcoin-Blockchain schlicht das Lightning-Netzwerk. Auch hier kann wieder auf einer Note Bitcoin als Sicherheit hinterlegt werden, um auf der Gegenseite Schulden zu produzieren, also die Begleichung in die Zukunft zu verlegen. Damit ist unter Bitcoin das Kreditgeschäft gesichert und stellt keinerlei Probleme dar. Genau, dass es praktisch der Bitcoin verwendet wird für Fractional Reserve und sie dann auf der Ebene oben drüber, ja, so eine Art juristische Anbindung haben, dann können sie auch wieder Kredite vergeben. Also das ist kein unwahrscheinliches Szenario, das hätte ich vielleicht noch mit draufschreiben sollen. Fractional Reserve bzw. Teilreservesystem ist schlicht Betrug und besagt, dass der Kreditgeber nicht 100% der ausgegebenen Kredite als Reserve tatsächlich auch zur Verfügung haben muss. Zum einen ist das im Gesetz verankert, weil der Staat mit dem Geldsystem gemeinsame Sache macht. Und zum anderen kann so etwas passieren, wenn Banken einfach betrügen, weil sie sich dadurch Vorteile verschaffen. Dieses Problem löst aber ein Vollbankensystem im Grunde recht einfach. Egal ob im Bitcoin-Standard oder nicht, wobei es unter einem Bitcoin-Standard deutlich einfacher ist. Wenn Kreditgeber mehr Geld verleihen, als sie als Reserve halten, was bei Bitcoin ja sogar transparent sein könnte, dann sind deren Zinsen niedriger als die der Konkurrenz. Was passiert dann? Die Konkurrenten gehen hin und leihen sich von eben jener Bank Geld zu den günstigeren Zinsen, um sie selbst zu einem geringfügig höheren Zins weiter zu verleihen, was den ersten Kreditgeber natürlich in einen Teufelskreis führt. Er würde so viel Geld verleihen, dass offensichtlich wird, dass er seine Reserven überdehnt hat und geht damit pleite. Mit anderen Worten, der Anreiz zu einem Teilreservesystem ist in einem Bitcoin-Standard einfach nicht gegeben. Auch unter einem Goldstandard ist ein Teilreservesystem im Prinzip nur dann möglich, wenn der Gesetzgeber, also der Staat, das möglich macht. Der Markt würde regeln, wenn man den Markt regeln lassen würde. Ich hätte noch eine Frage. Sie sagten doch, Bitcoin sei eine Wette auf die Zukunft. Und dann frage ich mich aber, ist vielleicht der Euro auch eine Wette auf die Zukunft? Der US-Dollar oder das Investieren in eine Immobilie oder in eine Schulausbildung? Sind das vielleicht alles Wetten in die Zukunft oder auf die Zukunft? Beziehungsweise geht es bei Bitcoin überhaupt darum, dass der Preis in der Zukunft steigt? Oder geht es eigentlich vielmehr darum, dass man die Geldmenge nicht ausweiten kann? Also diese Idee, dass man in etwas investiert, was später mehr wert wird, woher kommt das eigentlich? Das ist ja vielleicht gar nicht unbedingt die Eigenschaft, die man haben möchte, die gerne einige Leute sehen und sich dann auch wünschen würden, aber die vielleicht gar nicht Ziel der technischen Entwicklung waren, sondern eher so etwas wie, dass man tatsächlich ein dezentrales Zahlungssystem hat, dass man gerne heute vielleicht direkt von Euro auf Bitcoin oder von US-Dollar auf Bitcoin umschwenken würde, wenn das ginge mit einem Fingerschnips. Und dabei möchte man ja dann gar nicht unbedingt einen Mehrwert haben, im Sinne von, dass man sich mehr davon kaufen kann, sondern einfach nur diese Möglichkeit, dezentral zensuresistenten Zahlungen zu ermöglichen. Die Kamera filmt den Fragesteller leider nicht. Und ich weiß ja nicht, ob derjenige zufälligerweise vielleicht mein Video sieht, aber die Frage war so gut, dass ich jetzt auf Privatsphäre scheiße und den Fragesteller doxe. Hier könnt ihr ihn auf seinem Weg zum Bitcoin-Hotel in Plochingen sehen, wo er Christian Rieck erklärt, dass buchstäblich alles eine Wette auf die Zukunft ist und seine Erklärung daher semantischer Unfug ist. Rieck verzettelt sich an dieser Stelle jetzt zum dritten Mal und erklärt schon wieder, dass es keinen sofortigen Zahlungsstrom gibt, sondern letztlich lediglich die Wette darauf, dass Bitcoin sich durchsetzt. Es bleibt schlicht derselbe Müll, den wir schon dreimal gehört haben. Nur weil Rieck meint, dass Bitcoin erst in der Zukunft einen Zahlungsstrom entwickeln könnte, könnte er ihn für heute negieren und selbst hier liegt er halt brutalst falsch. Bitcoin ist nicht wertlos, weil ich nichts damit anfangen kann, so wie das bei einer nicht funktionsfähigen Solarzellen-Attrappe der Fall wäre. Bitcoin ist online und läuft. Ich kann auf diversen Meetups mein Essen und meine Getränke in Bitcoin bezahlen, ich kann darin eine Übernachtung im Bitcoin-Hotel buchen, ich kann damit Sticker und Bücher und Eintrittskarten zu Bitcoin-Events kaufen und mich auch für meine Arbeit als Übersetzer bezahlen lassen, was auch schon passiert ist. All das sind technische Eigenschaften, die zum jetzigen Zeitpunkt da sind, die einen Zahlungsstrom darstellen und von der Rieck schlicht so tut, als wäre er nicht vorhanden. Es gibt keinen sachlogischen Grund, diese Eigenschaften zu negieren und wenn wir uns Gold als Vergleich dazu ansehen, dann ist Gold sogar noch viel nutzloser, weil es industriell praktisch überhaupt nicht nachgefragt wird und die Eigenschaften von Schmuck vollkommen willkürlich sind. Der Nutzen und damit der Cashflow von Gold entsteht durch das Sparen und die Spekulation darauf, dass der Preis in der Zukunft steigt. Das hat sich in der Vergangenheit immer wieder als zutreffend erwiesen und gilt entsprechend als eine der sichersten Anlagen, die existieren. Und die Eigenschaften des Sparens hat Bitcoin inzwischen größtenteils übernommen, wobei die Kursgewinne dabei in der Vergangenheit oftmals noch deutlich größer waren als bei Gold. Wie man es dreht und wendet, dieses Argument ergibt keinen Sinn und wenn Rieck da noch 20 weitere Male drum herum redet und sich in semantische Kniffe flüchtet. Lustigerweise will ich an dieser Stelle dann doch nochmal darauf hinweisen, dass im Gespräch zwischen Christian Rieck und Marc Friedrich, letzterer, sich ebenfalls auf den konkreten Begriff des Cashflows nicht hat festnageln lassen, sondern den Kursgewinn als Cashflow bezeichnet hat, was in einer Reaction vom Blogtrainer daraufhin recht amüsant dargestellt wurde, als beide haben Unrecht. Marc Friedrich bedient sich jetzt keiner akademischen Sprache und ist daher in der Definition von Begrifflichkeiten nicht immer besonders streng. Aber so oft sich Rieck jetzt um diesen Punkt herumgewieselt hat, bin ich inzwischen so weit, dass ich Marc Friedrich zustimme. Er hat sich auf Riecks Definition gar nicht einfach erst eingelassen, hat sie einfach beiseite gewischt und ist darüber hinweggegangen. Aber im Nachhinein betrachtet hatte er dann damit einfach sogar recht. Jetzt kommt aber noch ein gewaltiger Brecher von Rieck, bei dem er Fiat-Geld verteidigt. Und hier muss ich wieder tief ausholen, um das zu entkräften. Dieses Fiat-Geld ist, wenn sich die Graz-Hüter, wie ich die immer nenne, die Zentralbank, wenn die sich an die Regeln hält, ist die die beste Geldform. Ich weiß, dass ich mich in dem Raum hier dafür umliebt mache, aber ich glaube, es gibt wirklich verdammt gute Argumente dafür. Das hat wahnsinnig viele gute Eigenschaften. Und diese ganzen Geschichten, die über Inflation erzählt werden, das sind Horrormärchen. Inflation ist überhaupt nicht schlecht. Ganz im Gegenteil. Zwei bis vier Prozent Inflation kann auch meinetwegen fünf sein oder eins, wenn sie es unbedingt wollen. Darauf kommt es nicht an. Ein bisschen Inflation ist gut, weil sie damit bestimmte rechtliche Aspekte aushebeln können. Denn wir haben Sticky Prices, wie das so schön heißt. Und auf die Art und Weise können sie manche Preise zwar leicht nach oben, aber nicht nach unten ändern, zum Beispiel Löhne. Und das hebeln sie aus, dadurch, dass sie einfach Inflation mit reingeben in das System. Sie müssen, wenn sie tatsächlich ein Bitcoin-Geld-System einführen, müssen sie auch das Rechtssystem ändern. Das muss ihnen klar sein. Sie müssen ein Rechtssystem schaffen und durchsetzen, bei dem zum Beispiel Leute Lohnerniedrigung akzeptieren. Verringerung. Erniedrigung ist nicht das richtige Wort. Das müssen die akzeptieren. Das müssen sie erst mal hinkriegen. Bei der Inflation ist das einfach eingebaut. Da sagt man gar kein Problem, du kriegst gleich einen Nominallohn. Kannst du leider nicht mehr so viel dafür kaufen. Ach, schade. Aber das ist ein Feature, das ist kein Bug. Das muss man verstehen. Oder es gibt eben kurzfristige Zeiten, bei denen plötzlich wahnsinnig viel Liquiditätsbedarf besteht. Also stellen Sie sich vor, Sie haben eine Situation, das alles läuft so ganz smooth und auf einmal wollen die Leute wie wild handeln, aus irgendwelchen Gründen. Dann haben Sie nur für den Handel zwischendurch einen wahnsinnigen Liquiditätsbedarf. Im Viertgeld gar kein Problem. Da entsteht das Geld aus dem Nichts, schwupp ist es da. Und kaum haben die Leute den Handel abgeschlossen, zack ist es auch wieder weg. Das kriegen Sie mit einem anderen Geldsystem nicht hin. Das kriegt weder der Fürst hin noch mit dem Bitcoin. So, und infolgedessen ist das Viertgeld ein für meine Begriffe völlig unterschätztes und auch zu Unrecht schlecht geredetes Geld. Aber ich verstehe, warum das passiert. Nämlich, weil es früher oder später ganz leicht kompromittiert werden kann. Und es gibt ja häufiger die Sache, ja, bei Bitcoin gäbe es keine Kriege. Ganz so weit würde ich nicht gehen, aber so lange könnten die nicht anhalten. Das muss man sehen, weil die Leute einfach merken würden, wie viel Geld ihnen eigentlich weggenommen wird. Beim Viertgeld kriegen sie das durch die Hintertür hin, so dass die Leute eben zwischendurch nicht merken, wie viel Geld ihnen eigentlich abgeknapst worden ist. Und deshalb sind die sozusagen länger bei der Stange. Also ich verstehe diese ganzen Argumente, die dahinter stehen. Aber wenn ich das Ding aussuchen könnte, in einer Idealwelt würde ich Viertgeld echt ehrenwerten Leuten in der Zentralbank. Okay, halt, stopp. Hier steckt eine gigantische Menge an Informationen drin, die Rieg nicht immer komplett ausspricht, sondern für die Vorwissen nötig ist. Und das haben viele oft noch gar nicht richtig verstanden. Das trifft übrigens auch auf Maurice Höfken zu, der im Gespräch mit dem Blocktrainer ähnlich argumentiert wie Rieg. Fixe Löhne, zu englisch Sticky Wages, sind tatsächlich ein Problem, die in unserem jetzigen Rechtssystem verankert sind. Ich muss in die Geschichte springen, um das ausführlich zu erklären. Vor der Industrialisierung waren ein Großteil der Menschen in Zünften, also Handwerksverbänden, organisiert, deren Löhne relativ frei ausgehandelt wurden, je nach Bedarf, also Angebot und Nachfrage. Die Industrialisierung hat mir gigantischen Fabrikanlagen Massenproduktionen ermöglicht und damit Skaleneffekten in vorher nie dagewesenem Ausmaß ermöglicht. Das fanden viele Handwerker überhaupt nicht lustig, weil ihre Arbeit und die damit verbundenen Qualifikationen plötzlich überflüssig wurden. Ökonomisch betrachtet mag das gerechtfertigt sein, weil wenn niemand deine Arbeit nachfragt, musst du dich halt nach was anderem umsehen. Aber individuell betrachtet kann man wohl nachvollziehen, dass jemand eifersüchtig auf den neuesten technischen Stand ist und wieder zurück zum ursprünglichen Stand der Technik kehren will. Diese Fortschrittsfeinde werden auch als Luditen bezeichnet, manchmal im Deutschen übersetzt mit Maschinenstürmer. Das waren Leute, die die moderne Technik schlicht zertrümmert haben, um ihre Jobs nicht zu verlieren. Langfristig haben sie verloren, aber es ist ein neues Problem entstanden. Die riesigen Fabriken mit ihren gigantischen Skaleneffekten haben eine Unmenge an Fabrikarbeitern beschäftigt, die sich zunächst in freien Arbeiterverbänden und später dann in staatlichen Gewerkschaften organisiert haben. Die Arbeiterverbände selbst waren zunächst klein und dezentral. Wir finden deren Reste noch in Bezeichnungen unseres Versicherungssystems, zum Beispiel Technikerkrankenkasse oder Handelskrankenkasse etc. Arbeiter haben durch eigenverantwortliche Organisationen einfach dafür gesorgt, dass sie ihre eigene Rente ansparen konnten oder wenn jemand krank war, konnte man direkt vor Ort gucken, ob jemand zum Beispiel tatsächlich krank ist oder simuliert. Dieses System ist später quasi verstaatlicht worden und daraus entstanden Gewerkschaften. Gewerkschaften sind eine Erfindung, die auf der Ausbeutungstheorie von Karl Marx basieren, die wiederum durch die falsche Arbeitswertlehre entstanden ist. Und das existiert bis heute. Was genau machen Gewerkschaften? Sie organisieren die Arbeiter, die allesamt in einem Unternehmen angestellt sind und erklären ihnen, dass sie alle zusammen als Einheit fungieren und in den Streik treten, wenn das Unternehmen ihnen nicht einfach höhere Löhne zahlt. Das ist nichts weiter als Erpressung. Und damit kamen Gewerkschaften so gut durch, dass es bis heute keine Partei gibt, die sich offen gegen Gewerkschaften positioniert. Wer sich politisch gegen IG Metall oder Verdi oder wie sie auch alle heißen stellt, der schafft sich einen mächtigen Feind. Dieser Feind ist so mächtig, dass die großen industrialisierten Nationalstaaten die stetigen Forderungen nach Lohnerhöhungen schlicht damit begegnet sind, dass sie die Währung inflationiert haben. Damit bekamen die Arbeiter zwar höhere Löhne, aber durch die Preisanstiege konnten sie sich jetzt genauso viel kaufen wie vorher. Und jetzt mal die offene Frage in den Raum geworfen. Der gewerkschaftlichen Erpressung der Arbeiter wird mit Betrug durch Geldfälschung seitens des Staates beantwortet. Und das bezeichnet Christian Rieck als den unfassbaren Vorteil von Fiat-Geld. Ich bin Jacks kalter Schweiß. Ich bin zwar bereit zuzugeben, dass dieses System irgendwie einigermaßen funktioniert hat, aber für wen denn bitte? Funktioniert hat das für zwei Gruppen. Erstens, den Staat, der sich seine Ausgaben weiterhin leisten konnte. Und zweitens, für diejenigen, die bereits eine Arbeitsstelle unter einer Gewerkschaft hatten. Für alle anderen Leute, die noch eine Arbeit suchen, ist diese Situation beschissen, denn die Arbeitgeber suchen sich jetzt nur noch ganz gezielt genau die Leute aus, von denen sie überzeugt sind, dass sie sie auch über Jahrzehnte hinweg halten können und sie ihnen Profite einbringen. Was ist die konsequente Logik? Arbeitslosigkeit. Die entsteht dadurch erst, genauso wie beim Mindestlohn, was aus sozialistisch-demokratischer Perspektive heraus die logische Endkonsequenz von Gewerkschaften und Lohnverhandlungen sind, wenn auch mit verheerenden Folgen. Lange Rede, kurzer Sinn. Was Professor Rieck hier propagiert, ist der unfassbare Vorteil, dass man denjenigen, die einen erpressen, damit begegnen kann, dass man sie bescheißt. Tolle Lösung, Herr Rieck! Wie wäre es, wenn wir stattdessen einfach beide Optionen abschaffen und jetzt in eine Welt flüchten, in der jedes Individuum seine Arbeitsleistung individuell an den Profit knüpft, den sein Arbeitgeber mit ihm verdient? Für Selbstständige ist das ohnehin längst gängige Praxis, aber auch für abhängige Beschäftigte, die ein sicheres Fixergehalt als Risikoausgleich beziehen, statt am Profit beteiligt zu werden, ist es durchaus auf lange Sicht besser, ihre Qualifikation zu erhöhen und von einem besser bezahlten Job abgeworben zu werden, als permanent um Lohnerhöhungen zu kämpfen, aber dafür den freien Wettbewerb einfach auszuhebeln. Aus dieser Perspektive heraus betrachtet, tut es mir leid, wenn ich Riecks Witz, dass er sich einen Fiat-Standard mit ehrlichen Zentralbankern wünscht, leider überhaupt nicht lustig finde, denn das Wesen einer Zentralbank ist bereits Betrug. Dafür darf einfach keine Ausrede erlaubt sein. Zentralbanken existieren nur zu einem einzigen Zweck und der lautet Zinsmanipulation, auch wenn sie es Preisstabilität nennen. Rieck scheint seinen Punkt aber unbedingt wahrhaben zu wollen und flüchtet sich nach der nächsten Frage dann in Ausreden, dass Fiat-Geld kein Staatsgeld wäre und macht das an einem Beispiel fest, dass ein Zentralbanker in der Vergangenheit den Zins so hoch gesetzt hat, bis die Regierung wieder zur Vernunft gekommen ist. Wir können derzeit in der Praxis sehen, wie das Gegenteil eintritt und die Regierung das Komitee der Federal Reserve bestimmt. Fiat-Geld, Zentralbankgeld und Staatsgeld sind Tautologien, drei Begriffe für ein und dasselbe Phänomen, da führt kein Weg dran vorbei. Auch der vorletzten Fragesteller, der die Cypherpunk-Bewegung und Bitcoin als nicht kompromittierendes Geld darstellt und damit versucht, Rieck endlich wieder auf den richtigen Pfad zu lenken, beißt sich letztendlich die Zähne aus, weil Rieck sich ein letztes Mal mit dem Hammer den eigenen Daumen bricht. Wenn man nicht über die Technik hinter Bitcoin sprechen will, dann darf man die Technik hinter Bitcoin auch nicht als Kritik gegen Bitcoin anführen. Das ist einfach nur ein lächerlicher Anfängerfehler. Die Regierung kann nicht einfach genug Miner subventionieren, um Bitcoin zu kompromittieren. Sie kann lediglich Bitcoin selbst benutzen, um es ihrer eigenen Zentralbank als Reserve zu überlassen und das wirtschaftliche Wettrennen gegen andere Staaten damit gewinnen. Das ist ziemlich genau der Vorschlag, den Michael Saylor bringt. Der erste Staat, der Geld druckt, um damit Bitcoin zu kaufen, wird das Rennen gewinnen und sich selbst einen unfassbaren Vorteil verschaffen. Das wiederum ist aber kein Argument gegen Bitcoin aufgrund technischer Schwächen, sondern es ist ein Argument für Bitcoin, weil Bitcoin Eigenschaften auf sich vereint, die in Fiat-Geld unfassbar überlegen machen. Mit Abschluss der letzten Frage gibt Rieck dann sogar einigermaßen Verhalten zu, dass er den Leuten im Publikum mit seinem Wissen um die technischen Eigenschaften von Bitcoin massiv unterlegen ist. Spieltheoretisch, was ja sein Fachgebiet ist, steht jedes Individuum vor der Wahl, besseres Geld zu besserem Geld zu wechseln, wenn es merkt, dass es ihm einen Vorteil verschafft oder beim alten System zu bleiben. Und auch wenn die Frage um das Wissen des Individuums dabei natürlich die tragende Rolle spielt, liegen die Karten bei Bitcoin ja auf dem Tisch. Der einzige Grund, warum Bitcoin sich noch nicht durchgesetzt hat, ist die individuelle Faulheit von Menschen, sich mit seinen Eigenschaften zu beschäftigen und das alte System deshalb abzulehnen. Langfristig werden wir wohl im Bitcoin-Standard landen, wenn die individuelle Gier nach einem Produkt, in dem man sparen kann, mit der Zeit immer höher wird. Aber auch in 50 Jahren wird es noch Leute geben, die auf diesen Zug nicht aufgesprungen sind und die dann widerwillig ihre Arbeitskraft für Bitcoin verkaufen müssen, statt vorher darin zu sparen. Aber so ist das halt immer. Auch jede Münzverschlechterung und damit Inflation bzw. Geldfälschung von Königen über tausende Jahre im Mittelalter hat immer wieder zu ökonomischen Katastrophen und letztendlich zu einer Rückkehr zum Goldstandard geführt. Der wirklich ausschlaggebende Punkt, warum Bitcoin so viel Hoffnung auf die Zukunft macht, ist schlicht und ergreifend der, dass uns das in eine Welt führt, in die der Konsument, also das nachfragende Individuum, bestimmt, was es tatsächlich haben will, statt belogen, betrogen und beschissen zu werden, damit irgendwelche kollektivistischen Führungsfiguren Kriege, Kulturkämpfe und Chaos produzieren können. Ich hoffe, dass bei Christian Rieck noch die Fähigkeit zur Einsicht existiert, denn die Grundlage, auf der er seinen Vortrag aufgebaut hat, die hätten dazu eingeladen, dass er sich lieber ins Publikum gesetzt und sich von einem der Zuschauer Bitcoin ausführlich hätte erklären lassen. Nicht alles, was er gesagt hat, war falsch und viele Aspekte, die ich kritisiert habe, sind auch durchaus eine Frage der Meinung oder der Betrachtungsweise, aber die Defizite, die er an Wissen aufweist, die sind an manchen Stellen einfach so ersichtlich, dass es Bitcoin-Maxys auf Twitter gibt, die das bereits besser wissen. Und damit schließe ich an dieser Stelle. Steuern sind Raub, der Wert des Bitcoin liegt in seinen technischen Eigenschaften. Werdet unregierbar.